Hallo und herzlich Willkommen zu einer Nachfolge, diesmal FFA Mega Random mal wieder. Runde startet, wenn die Runde voll ist. Natürlich schaue ich gerade eben wieder durch was das Video reingesand. Natürlich ist einer reingejoint, denn Nutty Skrill heißt. Was zum Fick. I hope it's the mod with one king. Hat das der Host geschrieben? Ich hoffe es ist der mod. Drogen? Hans get. Hans get the flame throw. Ich würde schreiben, dass Nutty einen guten Humor hat, fuck. Den habe ich bekommen. Hi, jawoll. Geil. Wir haben zweimal Mali, das gefällt mir nicht so sehr. Aber egal, es gibt nur einen Chinesen. Einmal Engländer, hoffentlich begegne ich denen einfach nicht am Anfang. Wobei es gibt eine Cooldown-Zeit von drei Minuten. Hermann. Hermann. Hermann heiße? Na schon. Hat mein Deutsch-Abi wieder langgerufen. Ich hab nicht genug Wasser. Und ich muss aufs Klo. Ist ziemlich unpraktisch. Wenn man mega random startet. Egal. Scheiß drauf. Ich töte sie alle, bevor ich aufs Klo muss. Oder ich geh aufs Klo während man sieht, dass ich meinen TC aufbaut. Ah nee, ist zu gefährlich. Wenn ein Bohr in der Nähe ist, dann bin ich tot. Egal, scheiß drauf. Let's go. Komm schon, Nutty-Sklo. Ich glaub an dich. Ich glaub an... Eigentlich... Nein, ich glaub nicht an dich, aber... Scheiß drauf. Come on. Hm. Schwudele. Wer will jetzt schon stressen? Hö, es gibt vier Bilder schon? Warum leckt er? Wow. Natürlich, der Typ baut Instance-Antici da auf. Was? Gut. Ja. Wenn ich einen Scout hätte. Ich weiß, wenn ich als erstes töte. Und das ist der Englisch, weil er sich getraut hat, einen scheiß TC neben meinem zu bauen. Also neben meinem Haus. Was? 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 Seatrade ist möglich, ok, ist gut. Der Typ hat kein Holz, das ist auch gut. Das ist Karabistuin. Der ist Dedi und Dedi läuft nach oben, das heißt der ist auch irgendwo hier. Obwohl... Ey, wenn ich einen Scout gehabt hätte, hätte ich sie vielleicht zerstören können. Sind wir mal nicht zu überambitioniert? Ding, 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 ding. Irgendwas richtig, oh, ups. Ah, was ist mein Typ? riecht mal frisch gewaschen, kenne ich gar nicht. Digga, der Typ hat auch echt keine Ahnung wie man Mods richtig benutzt, ne? Warum haben wir jetzt zwei Könige? Denk doch einmal mit, Minion. Hat mein Handy vibriert? Ne, muss man nicht. Prepare for the bloodshed. Ich merke, bei Wasser hängt mein PC ein bisschen hinterher. Gut, das sind doch echt viele Details, ne? Eigentlich muss ich scouten. Was? Was soll getan werden? Ich glaube auch ausfinden, wer hier oben noch ist. Geht? Reytari, jo! Spehari, ja, ja! Reyti, weiß, hol! Fernkappi, dirhu, aber... Chuuuuuu, Reytat! Darum ist der Englisch. Wo ist der Deli hingelaufen? Wahrscheinlich nicht direkt. Reyti, dirhu, aber... Ich finde es auch lustig, irgendjemand hat genau in dem Moment, wo ich mein TC aufgebaut habe und die Kings gesehen habe, auch das reingeschüttet. Ist doch schön. Warum ist jetzt schon jemand raus? Was ist mit dem passiert, oder? Das ist ja jetzt schon aufgegeben. Da meinen es Leute erst. Aber sein König wurde nicht eliminiert, das heißt man muss ihn nur finden auf der Karte. Warum ist der Typ immer mehr schon in diesem Ort? Managed didn't tell me he's 5 feet away, okay. Äh, fühlt sich nicht... Achso, ja doch, ihr wisst wie Octoban Outback funktioniert. Hi, Pink. Sie wissen jetzt, dass wir so übereinander sind, das ist gut. Und beide wissen nicht, dass ich in der Nähe bin, das finde ich auch ziemlich gut. Das Map ist echt voller Wasser, das ist ziemlich gut. Das gefällt mir sehr. Die sind gut. Hier ist auch noch ne Menge Wasser. Ich wollte doch gucken, was das Seatchild ist, ne. Ich brauche jetzt zu so sicher. We must be bad. Okay, die beiden sind nebeneinander, ich werde beide auf einmal töten hinternommen. Ich habe den Scout von dem einen Typen gefunden, das ist gut. Als nächstes baue ich meinen zweiten Hafen hier mal hin. Ich will wissen, wie man traden kann. Wahrscheinlich ist es gar nicht möglich, so wie es aussieht. Ne, ist es nicht möglich, auf C zu traden. Fuck my champion. Schau mal wild, wie es jetzt läuft. Alter, der ist auch schon in der zweiten Zeit. Ja, wenn er will, dann töte ich seine Einheiten, also wenn es ehrlich ist. Ich weiß, wie ich es machen muss. Na komm. Ich beeine mich ein bisschen, ich muss den scouten. Ich gehe mal davon aus, nur die beiden sind in meiner Nähe, weil er hat sich jetzt auch nicht Bock zu scouten. Ja. Alter, ich muss so drehen mit dem Pissen, das ist richtig dumm. Überprüfen wir, wie viel er sehen kann. Er kann nicht so viel sehen. Was plantet er da? Okay, jetzt hole ich mir den. Ja komm. Ah, nein, das hat nicht funktioniert. Du bedarfest was? Ich bewege, bereits. Ich bewege, bereits. So, wir machen hier einen weiteren Hafen hin. Ja, wirklich perfekt. Äh, bisschen mehr Gold, alles gut. Ich bin stupelt, eigentlich muss ich. Sind die überhaupt nah, die sind nicht alle in der Achner Chapel in der Nähe. Ich traue mich jetzt nicht gepissen. Ich traue mich jetzt. Ich traue mich jetzt. So, perfekt zum Up-Agen. Ist das ein Werk? Alter, was spricht denn so eine Sprache? Burggrafenpalast. Stopp. Regnet's gerade drauf. Ich werde dich. Ja, entweder allzu weiter. Rechtlich zu am Gewerkang. Wo ist Kamenon? Ja, entweder. Das wird die Bauern von euch. Ähm. Angesehen, wer ist doch noch... Alter, was sprechen die für eine Sprache, Bro? Oh. Alter, was sprechen die für Sprachen? War halt der Deutsch nicht so gut. Diese gut, diese gut einfach nur. Okay, ich bumse gleich die einen, zwei Leute. Achso, Leute. Ah, der will ziehen. Der will fischen. Nee, Digga. Das lass ich nicht so. Zack. Und als HRE ist es meine heilige Pflicht, die Reliquien alles zu finden. Okay, wir nehmen einfach. Oh boy. Oh boy, das wird so sterben. Ihr seht schon, was passiert, ne? Bam. Demolition-Ship nennt sich das. Also, ich sollte aufpassen. Ich kann grad nicht verstehen, was der einschreibt, aber ich will es auch nicht verstehen. Ich bin in Bewegung. Ich bin in Bewegung. Kürzen. Ich bin in Bewegung. Ich bin in Bewegung. Ich bin in Bewegung. Und jetzt ist er mega abgelenkt. Ist das so arg? Er kann nicht reagieren. Okay, toll. Okay, der eine kämpft gegen mich, der andere auch. Ich hätte mir lieber einen einzigen gegen uns als Besseres aussuchen sollen. Als beide auf einmal. Das wird gepackt. Ah, schluss auf. Easy. Pass auf die Flüte. Ich habe die Ehe genommen. Das war dumm. Das war so dumm. Das war so dumm. Das war so dumm. Du seid so um Gewerkung. Ssssss. Ich bin vorgehebt. Ich verliere gerade meine ganze Flüte-Ivo ein bisschen. Aber das ist mir egal, weil... Ich habe genug andere Ivo. Das war so dumm. Der Typ ist am leiden. Das ist gut. Die weiden sich wirklich so hart nebeneinander gepflanzt, dass die jetzt nicht angreifen und die nicht angriffsbar führen. Ziemlich fahrlässig, finde ich. Ich bin dort ein zu gehorchen. Fuhr! Was soll die Pflicht? Ich habe hier gebunden! Sind zu um Gewerkung. Bereit ist vom Arbeitsschule-Tour. Das ist gut, dass der Engländer denkt, das bringt ihm alles irgendwas. Ich weiß nicht, dass der andere hier gerade steht. Pokenito. Ist das ein... Assassinated? Okay, jemand wurde... Jemand wurde gerade abgeschlachtet. Das ist gut zu wissen. Ja, ich kann zwei Leute hier abschlachten. Das ist gut. Was soll die Pflicht nach du gehälsest? Sind zu um Gewerkung. Okay, und alle drauf. Sieben Schiffe. Nahti-Scribble! Da hatten wir noch das verraten. Nazi-Scribble hat einen... Äh, ist das ein Typ? Der Typ hat aufgegeben, aber wo ist sein King? Okay, der hat mir gerade die Position gegeben. Der Typ hat aufgegeben, aber wo ist sein King? Die anderen sind gar nicht mehr so weg weg. Ach, gut zu wissen. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt den King bekomme dadurch, dass er rausgegangen ist. Das wäre jetzt ziemlich asyl, ne? Mit dem Geschenkel ist das nicht so weggegangen. Ich finde das ist der Typ, wo ist das. Was? Das ist das ein Punkt. Das Gebäude ist gleich kaputt, wir wissen der Typ, und es hat seinen Kind gesehen. Diese Leute, die denken, dass man deren Sprache versteht. Pst! Häse! Pst! Pst! Jetzt geben wir mal Kling und tun das Kalt abgeschmissen. Okay. Einer von euch holt sich kurz das. Der eine hat gleich seine Könige raus. Dann kann ich den Assistenten erhüten. Man kann Leute zweimal Assistenten, zweimal 25 Punkte. Das ist so ein Hund, der hat noch überlebt. Ist das spressig gerade. Andere Zürcherzeit ist noch keiner, hat Imperialzeit erreicht. Der Typ, der gibt mir so einen King. Bro, hier gibt mir etwas an King. Ja Bro, danke. Ja, die beschwert sich wahrscheinlich. Ja. Gut. Gut. Alter, dass der Typ noch lebt, ist so eine Frechheit. Ja, ich gehe einfach an die nächste Zeit durch. Ich brauche nicht so viel. Aha. Automen. Ja, ich habe auf jeden Fall viel mehr Pop als andere. Und jetzt kann ich deswegen den schwäbischen Blast bauen. Ich gehe auf ganz viel Holz. Und jetzt brauchen wir ganz, ganz viel Mist. Da drüben kämpfen wir auf Rot und Orange gegen den Fall. Okay. Das ist gut für mich. Vielleicht mache ich mich zur Gefahr, wenn ich das jetzt mache. Aber ich kann ja nicht wirklich gesnipet werden, also von dem her. Okay. Ja, da sind ja versteckte Ressourcen. Ja, die haben sich da abgeschottet. Die müssen miteinander kämpfen, also wenn die es nicht tun. Ich baue jetzt Charakten zusätzlich. Ja, bin bereit zu unbefehlchen. Ich bin mir unsicher, ob die Teamen... Gibt es Teams? Nee, es gibt... Doch, es gibt Teams. Die Team... Also es kann nicht sein, dass die miteinander leben und beide Ritterzeit sind. Also töte ich zuerst den einen, danach den anderen. Nicht zeigen, nicht zeigen, nicht zeigen. Nicht zeigen. Ja, da ist ja nicht nécessaire. Mir geht es nicht. Ja, das wir hier. Ich helfe nach. Okay. Ja, wir werden befehle, ihr Haftmänner! Gehausamkeit ist meine jump. so jetzt muss er aufgeben, hoffentlich tut er seinen King nicht in das Ding rein, nicht in den Transportschiff, weil das wäre durf, deswegen umranden wir jetzt alles schön irgendjemand baugt im Hintergrund hier haben wir einfach niemanden der King kommt gleich raus sehr schön jetzt kümmere ich mich um die beiden zack jetzt habe ich halt wirklich Pop-Space ah ne stopp Pop-Space ohne Ende komm hier ja ich komm her keine Sorge ich komme ich komme ich sollte genug Stein beide Könige hier rein ja vielleicht kämpfen die auch miteinander ich weiß es nicht Prozent D und jetzt geh wo diese Rommel wird nicht fertig passt meine Landsleunde meine Brüder äh zack so jetzt wird gesniped oh Leute, die falten gerade niemanden miteinander wir gehen es mal raus, ich will wissen Verrat wir sind hier hinten sehr schön Glanzknöchster sind da schön okay ich habe nicht so viel Gold wie ich es eigentlich haben wollen würde hier beide Könige von dem einen sind irgendwo hin zack zack wir machen eine Mail-Arne hier hin wir gehen hier hin zack zack die Hillary sind dort draußen und ist so laut heute sind manche Sachen echt komisch der gedreht wir diese b kann Geben Acht! Befehlte kommen! Eine kurz gemachte Art! Höre die Tore! Verstecke noch den Strafgesell! Fehle, fehle mich! Ein schöner Gang! Achtung! 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 Könnte ich wieder Verrat drücken? Verfritter bereit für Befehlchen! Deine Ehre! Helge, diese Macht! Wir marschieren zu Herrn Scheißen! Beginne mit dem Bau nach Befesten! Wir warten auf Befehlchen, Dorfmänner! Nieue Gehäße! Stolzner bereit zu ziehen! Wird er beschütten! Anbehaltung! Okay, lol, was haben die denn gemacht? Das sind richtig heftige! Das sind nämlich nur bald die Kiegel! Die Baldikens sind kein Spaß, die fühlt mich aus! Na gut, der Typ ist auch nicht gut! Der Typ ist auch nicht gut! Oh, der hat da seinen King versteckt! Einen hat er da hinten versteckt! Die Baldikens sind sehr gut in der Geschichte! Sollten auf Steinen! Ich bin nicht gut! Die Baldikens sind ganz 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 gut! Alter! Und die Baldikens sind ganz gut! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Offensichtlich hat er viel zuviel. Ich muss einfach nur noch ganz knüchtern wollen. Es ist eine Insel, mit der Mali's am Traden. Okay, wir machen. Gut, das wird noch ein bisschen schwieriger. Also, die Karte interessiert mich jetzt auch immer. Bumm. Was ist denn da für Feudal? Für was musste der Feudal? Ja, stimmt, der hat mit ihm gefeiert, mit Feudal. Ja, okay. Gegen wen hat der Feudal denn gewonnen? Mali gegen Mali? Ja, das ist einfach voll. Die Arbeit zu... Das war's für heute. Der Typ hatte Trade und hat keine Ressourcen mehr. Schwach. 39 Junge. Wir müssen den U verarschen, Alter. Hat so viele Ressourcen und dann... ...undere Kruste abzujubeln. Ich gehöre diesen Beklagen. Verwinden Sie! Alle Geschäfte fliegen! Wir retten uns auf den Weg! Wo hättest du mich? Verwinden Sie die Arten abgedeckt! So, ich will mir jetzt noch einen Wunder bauen, um komplett voll zu disrespekten. Komm, 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 warte, bevor er aufgibt. Alter, ich brauch noch viel mehr Gold. Ich wollte doch ein Wunder bauen. Ja gut, die automatischen Schüsse. Junge, ne, war da stressig, aber okay, es waren halt alles Gold, Leute, aber trotzdem, so viel Stress auf der Map, ich hatte keinen Überblick über meine Einheiten mehr, ich bin einfach komplett eskaliert und keine Ahnung, was da irgendwie die ganze Zeit auf fucking Niederländisch geredet wurde. Ripperino, 47 Minuten purer Stress. Mali, bumm. Er hatte so 100%, oh Gott, 820 Kills, hupsi, hupsi. Okay, der hatte echt nicht viele Ressourcen, hatte 65.000 Gold, ja, hupsi. Ich glaube, ich war auch der allererste Imp und einer der drei Leute, die überhaupt Imp geschafft haben. Boah, das war eine zerstörerische Runde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal wieder.